Trainiert bis nur irgendetwas. Und das Interessante daran ist, dass durch Druck insbesondere und durch rhythmischen Druck diese Gelenkrezeptoren und Muskelrezeptoren so stimuliert werden, dass Muskelentspannung eintritt. Das wissen wir aus der Krankengymnastik. Es ist überhaupt nichts Neues, nicht von mir erfunden worden. Und das ganze PNF-System beruht auf dieser Tatsache. Und die Körperpsychotherapie, die haben mich darauf gebracht, mehrmals in diese Richtung zu schauen, dass nur über diese Rezeptoren, die schneller leiden als der Schmerz, die laufen über schnellere Nerven, Fasern als der Schmerz selbst. Man muss sich das so vorstellen, diese Reize kommen im Gehirn, in dem Fall im Rückenmark an, sind schneller als der Schmerz und der Schmerz kommt und die Zelle ist nicht bereit, diese Information aufzunehmen. Das wissen wir. Aus der Körperpsychotherapie wissen wir, obwohl das im täglichen Leben genauso ist, dass da, wo unser Grundproblem ist, wo unser energetisch-geistiges Problem ist, dass da die Labilität eher zusammenbricht, wenn was von außen kommt. Nichts Neues. Aber wir leben ja in so einer Zeit, wo wir das immer gerne ins Außen projizieren und sagen, das war, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Das war nicht die Ursache, das war der Anlass. Also die Ursache liegt irgendwo in einem Bereich, den wir heute den Emotionen, das heißt die innere Haltung, das, was wir gespeichert haben. Und wir wissen alle, dass Emotionen im Körper gespeichert werden. Jeder, der Schulterschmerzen hatte und vergessen hat, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, der weiß, dass sich diese Emotion schlagartig löst, in dem Moment, wo ich auf den Tisch schlage. Wir wissen also, dass ganz bestimmte seelische Reize, Traumata aus der Kindheit, Missbrauch im Keller eingesperrt, alle diese Dinge auf unser Muskelsystem wirken. Da muss man noch nicht in die Wissenschaft, weil letztlich wissen wir das alle aus unserer Erfahrung. Ich versuche Sie nur an die Dinge zu erinnern, die Sie schon wissen. Ich wollte Ihnen gar nichts Neues verkaufen. Und aus Haltung, Emotionen. Sie haben sicherlich schon gemerkt, dass ich nicht der Aufrechteste bin. In meiner Pubertät gab es Phasen und ich habe diese lästige Angewohnheit beibehalten. Kurt Tepperwein hat mich noch mal daran erinnert, dass ich damit auch aufhören könnte. Und ich denke, ich werde es tun. Dann eine andere Tatsache, liebevoller Körperkontakt führt zur Entspannung. Das weiß jeder von Ihnen, oder? Da gehe ich doch einfach mal davon aus. Und, dass das Ganze nicht mit dem Verstand zu lösen ist, haben auch schon alle verstanden. Oder haben Sie schon mal Ihre Probleme mit dem Verstand gelöst? Das funktioniert nicht. Nie. Aber wir können es lösen, wenn wir über die Emotionen gehen. Und die Körperpsychotherapeuten sagen, es ist nur möglich, indem diese Emotion, diese negativ gespeicherte Emotion in unserem Körper, noch mal erlebt wird. Und das ist möglich durch Gelenkbewegungen. Und der Herr Bohlen beschreibt es ganz klar. Er drückt diese Gelenke ganz liebevoll zusammen, langsam gehalten. Und als ich den gelesen habe, wusste ich, das hätte doch können die da dann schreiben. Es ist genau das Gleiche. Und die lösen oft diese Emotion aus. Dann wird drüber gesprochen und dann darf es weggehen. Der hat das Gleiche gemacht, aber ist nicht auf die Idee gekommen, das Gelenk zu behandeln. Sondern die gespeicherte, alte Emotion. Und eine andere Geschichte kennen Sie auch. Die ist jetzt nicht so sehr aus der Körperpsychotherapie. Wenn Sie mal auf einer Entbindungsstation waren, wo mediterrane Frauen entbinden, dann wissen Sie, die machen das anders. Bei uns hat man mehr so das Gefühl wie, macht keine Entspannung vom Muttermund. Aber wenn man seinen Schmerz rausschreit, ist in jedem Fall entspannter. Und das sind die gleichen Mechanismen und es läuft über die gleiche Hirnregion. Und diese Emotionen sind hauptsächlich im Bereich des limbischen Systems. Also nichts Neues, sondern, wie heißt es, neuer Wein in alten Schläuchen. Nur eine andere Art, es anzuschauen. Aus der Hirnforschung und aus dem, was Kurt Tepperwein eben gesagt hat, können wir schließen, und wir wissen das auch, dass der Mensch bestrebt ist, glücklich zu sein und in seiner Mitte zu sein. Und diesen Effekt, den können wir uns zunutze machen. Und sollten wir uns auch zunutze machen. Und wir wissen, dass nicht der objektive Befund, und das weiß man in der Schmerztherapie seit wirklich 30 Jahren, der objektive Befund nichts über den tatsächlichen Schmerz aussagt. Deswegen haben wir die philischen chronischen Schmerzpatienten. Sondern, dass da die Vorerfahrung oder das, was in seinem limbischen System an alten Erfahrungen gespeichert ist, viel, viel mehr wirkt als der jetzige Zustand. Wenn man einen Vater hat, der mit 42 am Herzinfarkt gestorben ist, und man kriegt mit 42 einen Brustschmerz da, wird der anders erlebt als jemand, der diese Vorerfahrung nicht hat und sagt, mir ist es da hinten reingefahren. Dann geht man zum Bahn und dann ist es weg. Aber derjenige, der diese Vorerfahrung hat, wird möglicherweise mit dieser Methode alleine nicht ausreichend behandelt werden können. Wir müssen immer den ganzen Menschen sehen, nicht nur seinen Körper, weil der hat einen Emotionskörper, die Seele, und er hat eine geistige Ebene und ich halte das alles für viel, viel wichtiger. Dann ist wichtig, die Emotionen werden vom Körper, das heißt vom Gehirn registriert, noch bevor unser Verstand einsetzt. Das ist eine unglaubliche Tatsache. Das heißt, unsere Emotionen dominieren uns. Wir kommen mit unserem Verstand überhaupt nicht nach, mit unseren Entscheidungen, da was besser zu machen, sondern wir sind so, wie wir sind. Und das Einzige, was wir tun können, ist, auf das Leben zu vertrauen, dass es uns mit einem Menschen zusammenführt, der an diesem Problem irgendetwas drehen kann. Ich habe Herrn Professor Spitzer aus Ulm zum ersten Mal gehört, über Hirnforschung, wie es mit Kind, weil ich habe jetzt eine siebenjährige Tochter, die in der zweiten Klasse geht und ich musste mir das anhören, was der da sagt, wie man lernt. Die geht in die freie Schule in Lindau, völlig freie Pädagogik. Und ich habe da verstanden, das ist die einzige Möglichkeit, wie man lernen kann, weil unter Druck kann man nicht lernen, man kann nur in der Freude lernen, im Glücklichsein und braucht einen Schutz und eine Geborgenheit. Und komplexe Verhaltensmuster sind veränderbar über die Emotion und indem man das immer wieder übt. Und immer wieder in diesem, nennen es jetzt Glücklichsein, oder diese Fehlhaltung zu lassen. Und wo ich jetzt als Letztes drauf gestoßen bin, ist die Forschung über die sogenannten Spiegelneuronen, wo eine Interaktion zwischen zwei Menschen auf der Herzensebene stattfindet. Das können die neurophysiologisch nachweisen. Das ist also nicht eine spirituelle Vorstellung, sondern das ist die Realität, dass wenn der Behandler den liebevollen Impuls hat, etwas zu tun, sich der Behandelte in dem Hirnstrom, also in dieser Kernspintomographie mit diesen Spots, wo man da nachgucken kann, sich genauso verhält, als wäre die Handlung schon passiert. Und das, einfach auf den Punkt gebracht, ist es das Mitgefühl, was diese Dinge auslöst. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt genug verwirrt. Und ich möchte nicht viel über spirituelle Dinge reden, weil das können andere viel besser als ich. Aber Schwingung ist der Urzustand der Welt. Habe ich niemandem etwas Neues erzählt. Und das Wort Emotion heißt Emotion, in Bewegung sein. Ja, und die Harmonie. Was wichtig ist, ist, wie entsteht Leid. Leid entsteht immer durch die Projektion aufs Außen. Ich, habe damit nichts zu tun, war die Hexe, die den Hexenschuss. Oder es war die schlechte Zeit, wo wir nichts zu essen hatten, wo ich schwer heben musste. Wir projizieren unser Leid immer nach außen. Und alle, die Patienten behandeln, die im Leid sind, wissen, und ich kenne das aus dem Schmerzzentrum, bis zum Abwinken, die bleiben im Leid. Die gehen in die Klinik, in die nächste Klinik, und überall kommen sie schlecht rein, nach dem Arztbrief gesund raus, und gehen in die nächste Klinik schlecht rein. Das heißt, da findet nie eine Aufarbeitung von diesem Leid statt. Leid kann man nur überwinden, indem man diese Emotion zulässt und das Leid wirklich anschaut. Und dann kann sie verschwinden. Und das Verrückte ist, wenn ich das zulasse, und gleichzeitig etwas geschieht mit diesen Propriozeptoren, mit diesen Lagemeldern, kann Heilung passieren. Das Letzte ist meine eigene persönliche Vision. Ich glaube an eine neue Medizin, nicht so wie Herr Hamer, sondern eine Medizin für eine neue Zeit, in der nicht mehr der Kampf und der Krieg regiert, sondern das Herz spricht oder die Liebe. Und wo es nicht mehr darum geht, dem Patienten zu sagen, was er für eine arme Sau hat, und Dorn-Therapeuten neigen oft dazu, zu sagen, du, da hast du noch was, da ist auch noch was. Dieter Dorn sagt immer ganz klar, behandle den Patienten beim ersten Mal nur, weswegen er kommt. Natürlich hat er auch noch da oben was, Atlas. Aber er ist wegen seinem Kreuz gekommen. Und das fängt schon wieder an, Manipulation zu werden. Verstehen Sie, was ich meine? Es geht darum, das zu tun, was jetzt in dem Moment getan werden muss und dem Patienten seine Ressourcen zu zeigen. Auch das hat Dieter Dorn gesagt von Anfang an. Wenn du deine Übungen nicht machst jeden Tag und das Wasser nicht drängst, dann kann das nichts werden. Das liegt nicht an mir. Aber er hat nicht gesagt, du bist ein armer Sau. Ich habe meine Praxis übernommen damals, als wir vom Schmerzzentrum weggingen, habe ich eine Woche bei dem gearbeitet. Der hat dann das Röntgenbild an die Wand gehangen. Der hat von Röntgenbildern überhaupt nichts verstanden. Das war noch das Interessante da dran. Er hat gesagt, wann ist denn bei euch wieder Wertstoff, Sperrmüll? Wir haben die Patienten verstanden. Er hat gesagt, pass auf, dass du an dem Tag nicht auf die Straße gehst, sonst nehmen sie dich mit. Also ich kann dir nicht mehr helfen. So hat er geredet. Und ich kann dir nicht mehr helfen. Hättest du früher kommen müssen, aber ich versuche mein Bestes. Und dann ist er hingegangen, hat den Kortison an die Wirbelsäule gespritzt und hat gesagt, lass dir bloß nicht vor deinem Hausarzt Kortison spritzen. Nur jetzt mal als das Extrembeispiel, wie man das betreiben kann. Das ist nicht mehr das, was wir in dieser neuen Art zu denken wollen. Wir wollen in der Liebe behandeln und ihm helfen, in die Unterstützung dazugehen. Alles andere gehört für mich nicht mehr zu dieser Zeit dazu. Apropos Zeit. Ich habe sie schon überschritten. Hatte mir aber fest vorgenommen, dass ich es nicht tun wollte. Nein, nein, nein. Ach nee, ich habe noch Zeit. Oh. Das habe ich mich so beeilt. Aber das waren ja auch nur die Vorworte. Weil es ist nicht wichtig. Also ich wollte Ihnen auch nicht, Sie mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen zuballern. Ich wollte nur sagen, diese Erkenntnisse gibt es alle. Und von allen diesen Erkenntnissen, nach meinem Wissen, stecken in dem, was uns Dieter Dorn gelehrt hat, mit drin. Also, ich bin davon überzeugt, dass emotionale Blockierungen im Körper, und die sind für mich das Eigentliche, für mich ist nicht die, wenn die Leute sagen, was hast du, dann sagt er, Bandscheibe, Bandscheibe. Aber so wie er das sagt, weiß ich schon, ob ich dem helfen kann, das weiß ich aber auch noch nicht. Ja, wir sind jetzt auf dieser Leitebene. Also, emotionale Störungen, wenn wir das wollen, sind behandelbar mit der Methode Dorn, weil sie die gleichen Handlungsanweisungen hat, wie ganz bestimmte Schulen der Körperpsychotherapie. Die machen genau das Gleiche, indem sie einfach liebevoll, rhythmisch, rhythmisch, immer wieder Holung und liebevoll da in dieser Behandlung drinbleiben. Ich glaube, dass es wichtig ist, für Dorntherapeuten eine kleine Exkurs in die Psychodynamik zu haben, entweder Kurt Tepperwein hat viel darüber geschrieben, Luisa Hay hat da einiges darüber geschrieben, einfach, was ist die Symbolik dieses Gelenks oder dieser Teil der Wirbelsäule, wo der Patient darunter leidet, was ist da der eigentliche dynamische Hintergrund? Und wenn ich dem Patienten sagen kann, was da dahinter steckt mit seiner Hüfte, dass die Hüfte das Gelenk ist, wo uns nach vorne schreiten lässt, da bleibt man nicht stehen, da geht man nach vorne. Und dass da eine Möglichkeit sein könnte, oder wenn er Knieprobleme hat, Dieter Dorn hat da auch immer darauf hingewiesen, das Knie ist Demut. Da hat er gestern drüber gesprochen, ich konnte gestern leider nicht da sein. Demut. Wenn ich die Ebene verlasse und mich hinknie, dann erkenne ich an, dass es etwas Höheres gibt als ich. Und wenn ich das dem Patienten so, wie ich es jetzt gesagt habe, erkläre, habe ich nicht nur diese Rezeptoren in dieser Ebene behandelt, sondern habe auch gleich das gleiche Feld, wo diese Erinnerung gespeichert ist, nämlich im limbischen System. In einem kann diese Emotion hochkommen, es ist kurz so ein Betroffenheitsgefühl, ich, was mit Demut zu tun haben, wenn man mir das vor zehn Jahren gesagt hätte, da wäre ich ganz schön sauer gewesen. Aber es hat mir eine Freundin gesagt, ich hatte furchtbare Rückenschmerzen, ich hatte Rückenschmerzen. Schmerzen. Ich hatte Schmerzen. Vielen Dank.